Was geht Jungs? Habt ihr schon von den Wahlen gehört? Müsst du mal ausprobieren, das ist voll heftig. Warum denn? Da könnt ihr halt wirklich mal was verändern, wenn ihr was an eurem Leben verändern wollt und an der Politik. Wo kann man denn wählen gehen? Es gibt so spezielle Wahlhäuser, da kann man hingehen und wählen oder du kannst von zuhause aus einfach überbriefen. Und was sind die Bedingungen? Du musst eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und einen deutschen kannst zum Beispiel. Du willst eine ausprobieren? Ja, können wir das. Los geht's. Gehen wir mal rein. 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 Das sind verschiedene Parteien. Das ist Parteienville. Das sieht ganz spannend aus, ich weiß nicht. Gehen wir mal das. Gehen wir mal das hier. Gehen wir mal. Gehen wir mal an. Gehen wir mal um rein. Gehen wir mal rein. Vielen Dank.